Spielleiter-Tagebuch zu Episode 8, 7 und 6. Ich war leider etwas nachlässig mit den bisherigen Folgen. Ich wollte eigentlich ursprünglich zum siebten Episode ein Tagbuch nachholen. Da hat mir leider das Audio-Setup ein bisschen daneben gehauen und ich hatte dann die letzten zwei Wochen damit zu tun, diese ganze Folge neu zu synchronisieren. Es waren 130 verdammte Audioschnipsel, die ich austauschen durfte. Aber ich wollte gerne, dass diese Folge existiert. Also nochmal kurz zur Rekapitulation. Wir hatten in Episode 6 den großartigen Schaukampf zwischen Grimmwald und Gutham und dieser ganzen Situation, dass sie versucht haben, irgendwie daraus schlau zu werden, wer hier eigentlich das Sagen hat, wer hat welche Agendas in Bernstein-Gipfel. Und ich war dann sehr stolz darüber, als dann die Spielenden meinten, wir haben jetzt verdammt nochmal keine Ahnung, auf wen wir hier eigentlich vertrauen dürfen und wer hier eigentlich uns belügt und über den Tisch ziehen möchte. Besonders die Sache mit der Geschichte mit dem Ei, was ich ja dann auch in Episode 7 ausgeholt habe. Die Folge, die ich jetzt mittlerweile auswendig kann, nach diesem ganzen Geschnipsel. Ich fand die Episode 7 sehr gut, dahingehend, dass diese ganzen Eskapaden mit Brinhilda und Mockmorsch am Schluss dazu geführt haben, dass Mockmorsch einen wirklich sehr, sehr mächtigen Dämon beschworen hat, wo ich am Schluss dachte, okay, was mache ich jetzt damit? Und ich nur heilends froh war, als bei dieser, wir erwürfen uns eine Dämon-Tabelle, dann rauskam, okay, er ist ein Gestaltwandler. Das heißt, dieser Dämon darf auch menschliche Gestalt anziehen. Dann war ich so da, okay, dann ist das jetzt hier, und das war auch ein Feuer-Dämon, das heißt, Brinhilda und er waren voll auf derselben Wellenlänge, deswegen hat das auch sehr gut gepasst. Und als ich diese schöne Aussage bekam von Valodan, ich beschwöre jetzt einen Regensturm, und ich dann dachte, okay, es ist aber fast Winter, also es würde wahrscheinlich ein Blizzard werden. Und dann ein Ja gesagt habe, war ich sehr, sehr froh, weil dann konnte man so hier eins und eins zusammenzählen. Die Feuer-Dämonen multiplizieren ihre Kräfte. Diese ganze Geschichte war sehr obskur, weil ja in den Beschreibungstexten drinsteht, das Zetorme mit Brinhilda ja paktiert. Das wissen auch in gewissem Grade jetzt die Charaktere, weil dieser Pakt jetzt so gesehen aufgelöst ist. Und der Pakt zwischen Zetorme war ja, dass er sein Gesicht hergibt dafür, dass ihm Brinhilda Feuermagie beibringt und ihm Dämonen-Essenz gibt. Und damit diese Dämonen-Essenz existieren kann, steht hier auch mehr mehr da drin, ist dieser Dämon hier auf maximale sexuelle Lust ausgelegt. Und womit ich ganz froh war, dass wir da vorher definiert hatten, wie das zu spielen ist. Weil so etwas möchte man nicht ohne Lines & Wels spielen. Ganz ehrlich. Man möchte sowas vorher geklärt haben, wie das ausgehen wird. Und ich denke, das war ein ganz guter Kompromiss, um festzustellen, okay, das hier ist jetzt nicht unbedingt für Kinder, Teenager vielleicht schon, aber ansonsten mehr nicht. Ähm, ja. Und dann war die ganze Geschichte ja so ganz gut definiert. Ich bin froh, dass ich Mirigal so jetzt platziert habe als mysteriöse Person, die immer wieder lustige Andeutungen macht. Ich habe mir das ja letztendlich auch so gedacht, dass zum Beispiel das Geistermädchen ja regelmäßig für sie die Gruppe spioniert. Und das wissen die Charaktere nicht. Das ist auch, aber so ergibt das alles kohärent Sinn. Das ist nämlich wichtig. Ähm, weil Mirigal ist nicht allwissend. Mirigal weiß halt viel, weil Mirigal einfach sehr gut vernetzt ist. Zetorme wird dahingehend noch eine sehr interessante Person sein. Und deswegen wird dieses Video auch, ähm, sage ich, was Zetorme für eine Agenda hat? Nein, ich lasse es lieber bleiben. Dann kann ich nämlich dieses Video hier früher veröffentlichen, weil diese Agenda wird viel, viel später zum Tragen kommen. Ähm, die Charaktere sind jetzt eh sehr, sehr mächtig geworden durch die ganzen Erfahrungspunkte und der Möglichkeit hier eben auf einen Zauberer zuzugreifen. Deswegen ist jetzt auch meine Planung, ähm, dafür zu sorgen, dass Zetorme jetzt den Bernsteingipfel verlässt. Hat einen ganz einfachen Grund, wenn ich jetzt die, die Zauberer sind jetzt sehr, sehr fähig, also gerade Mokmosh, der jetzt in der Lage war, in Episode 8 und auch schon Episode 7 Untote zu erschaffen. da muss ich jetzt aufpassen, dass das jetzt nicht zu sehr überhand nimmt und sie am Schluss mit einer, äh, äh, Zombie-Armee durch die Land ziehen. Das wäre ein bisschen imbalanced aus meiner Perspektive. Deswegen ist auch meine persönliche Planung zu schauen, dass ich diesen jetzigen Zombie aus Episode 8 irgendwo in den Steinschmerminen loswerde. Das ist jetzt schon mal die erste Planung von meiner Seite. Es wird auf jeden Fall eine sehr gruselige Episode die nächste, weil die Steinschmerminen eben sehr viel mit diesen Kinder-Horror spielen. Also gerade, äh, Mager ist nicht mehr das, was sie mal war. Mager war ein Kind, als sie in diesen Minen war und sie ist, äh, dabei von diesen Dämonen besessen worden und dieser Dämon und dieses Kind sind so gesehen jetzt mehr oder weniger eine Person und wenn man nicht mager freundlich stimmt, dann bringt es einen sehr schnell um. Und das wird auch interessant, weil in diesen Höhlen existieren auch Echsenmenschen und eine gewisse Delegation an Zwergen, die sich in einem dieser Minenschächte verbarrikadiert haben. Das werde ich gerne spielen wollen. Das ist so mein persönlicher Plan, dass ich hier an der Stelle jetzt mal die Zwergendelegation einführe. Ähm, ungeplant war diese Geschichte eben mit dem Ork, aber das hat sich gut gefunden, dass Gisela da gerne jetzt, äh, rausfinden wollte, wo eben das Auge der Rose ist, weil sie ja immer noch diese, äh, Legenden gehört haben über einen, einen Ork-Verband, der ja in Wetterstein war. Meine Planung war auch, ich habe mit meinen Spielenden auch geredet, wir werden wahrscheinlich jetzt die Frostweiten-Erweiterung mit in die Kampagne integrieren. Und da wird diese ganze Ork-Geschichte für mich relevant werden, weil ich lerne diese Ork-Geschichte nutzen. Ich habe die Orks mit Auge der Rose ganz bewusst, jetzt Richtung Norden auf der Karte verschoben, um damit einen Hook Richtung Frostweiten zu machen. Und der Hook wird dahingehend sein, dass eben eins dieser Artefakte, die sie für die Kampagne Zorn des Raben brauchen, dieses Artefakt wandert mit diesem Ork-Abenteuer-Trupp, um den Ork-Druiden Gritch, wird so gesehen Richtung Frostweiten ziehen. Das passt sehr gut, weil die Orks in den Frostweiten eine eigene Heimat sehen. Und wenn die Charaktere so gesehen die Kampagne zu den Frostweiten, den Winterelfenkönig, Ferenblaut lösen, könnte man damit dann argumentieren, okay, und dann kriegt ihr das Artefakt für Zorn des Raben wieder. Und damit kriegen wir dann den Rückverlauf, wie sie wieder aus den Frostweiten zurückkommen. Das ist so die Planung, die sehr, sehr langfristige Planung, wo diese Kampagne hingehen soll. Ob das meine Spiele denn tun, weiß ich noch nicht. Ich habe ihnen jetzt letztendlich viele, viele Schauplätze angeboten. Also Auge der Rose im Norden, wo die Orks ihren Kaiser haben. Dann haben wir Pelagia, eine Stadt an der Küste. Dann haben wir das Tal der Toten aus dem Spielleiterbuch. Und jetzt haben wir noch die Steinschimmerminen vor uns. Und das sind mehr als genug Schauplätze für das Erste, wo die jetzt potenziell hingehen können. Ich bin immer wieder baff, wie lange so eine Reise dauert, dass wir mehr den ganzen Abend gebraucht haben, um jetzt von der Bernsteingipfel rüber zu Leichentuch und dort diese Berge und dort das Verlies anzusteuern. Das hat relativ lang gedauert. Ich muss an mir arbeiten, dass ich mir die Charaktere, also die NSC-Charaktere in diesen Charakterbögen bereitstelle. Aber das kann ich auch nicht wirklich tun, weil ich, wie gesagt, ich versuche, Verbotene Lande so zu spielen, wie es vorgesehen ist, dass ich einfach sage, okay, ich würfel mir das in dem Moment aus, wo das passiert. Und ich weiß nicht, was passiert. Und das ist immer schwierig. Die Schauplätze sind dahingehend immer sehr dankbar, weil man dann da steht, okay, ich habe jetzt hier einen Schauplatz, ich habe hier verschiedene Räume, ich habe hier verschiedene Locations, verschiedene NSCs. Und ich bin jetzt mal echt gespannt, wie ein Dungeon in die verbotenen Lande funktioniert, der nicht Wetterstein ist. Weil Wetterstein habe ich oft gespielt. Wetterstein habe ich auf Konrunden mindestens irgendwas in der Größenordnung von einem Dutzend gespielt. Und das ist ein cooler Schauplatz. Ich mag den Schauplatz. Und ich werde ihn wahrscheinlich auch weiterhin als Konrund anbieten. Aber ich bin aktuell sehr verfehlt, zu sagen, ich werde Wetterstein in dieser Kampagne nicht einbauen. Lasse einfach Wetterstein eine Legende bleiben. Weil er wahrscheinlich am besten irgendwo im Eck der Karte sein wird, wo sie ihn nie finden werden. Wäre so mein Gedanke. Also ich denke, außer ich sage, sie wollen irgendeine Burg bauen. Das würde ich vorher so auch innerhalb der Sitzung mit denen abklären, ob sie mal irgendwann eine Burg haben wollen. Aktuell klang es nicht so, dass sie sich die Burg anschaffen wollen. Müssen wir mal gucken. Also gerade mit den Reisegeschichten. Aber ja, ich bin echt mal gespannt. So, zu meiner Planung. Ansonsten, wie gesagt, ich hätte jetzt gerne diese Zwergendelegation gerne eingebaut. Das heißt, da kommen jetzt dann die Zwergenprinzessin. Wäre eine Option, die ich da unten ausspielen kann. Dann hätten wir da einen weiteren Hook. Das wäre auch ein schöner Konflikt für Grimmwald. Zum Beispiel könnte man dann sagen, okay, die Zwergenprinzessin sieht vielleicht sehr ähnlich zu seiner Schwester aus. Weil das dunkle Geheimnis von Grimmwald ist ja, dass er seine Schwester erschlagen hat. Und das wird interessant. Schauen wir mal. Ja, Merigal. Wann wird Merigal wieder auftauchen? Ich bin mir unschlüssig. Ich glaube, ich lasse Merigal jetzt erstmal ein bisschen außen vor, damit das Mysterium um diese Figur länger vorhält. Was ich ja auch noch improvisiert habe, was eigentlich gar nicht so wirklich vorgesehen war, war ja die kurze Rückblende, wo ich Roaca diesen Ring mit diesen Rubin-Splitter gegeben habe. Um einfach hier so eine Art Artefakt-Detektor hier einfach zu geben. Der Hintergrund dazu, was ich mir da überlegt habe, was so gesehen nicht vorgesehen ist, ist, dass die Geschichte zu den Elfen, deren Kristalle in der Krone Stunninggist existieren. Eine von diesen Elfen, jeder dieser Rubine ist ein Elfencharakter aus der frühen Vorzeit. Und eine dieser Elfencharakterfigur ist zersplittert. Und diese Rubin-Splitter sind bei den alten Halb-Elfen-Druiden auf deren Stirn. Und mein Grundgedanke war jetzt zu sagen, okay, diese Rubin-Splitter könnten ja reagieren, wenn ein Geschwister Kind auftaucht, dass es darauf reagiert. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es laufen wird in der Steinschimmer-Mine, weil dort verschiedene Sachen gibt. Also wir haben jetzt Mager, zu Mager gehören noch eine riesige Fraktion von Echsenmenschen und man höre und staune, auch noch Matthäer ist auch noch in dieser Mine drin. Alle, also die ganzen, die Schwester und die Mutter von Zetorme sind auf jeden Fall maximal verändert, die sind unrettbar. Mit irgendwelchen Dämonen paktiert und verändert. Also Mager, wie gesagt, mit einem großen Dämon, der alles frisst, was warm ist. Deswegen werden die Echsenmenschen nicht gefressen und die beten mehr Mager als ihre Göttin an. Und Matthäer hat einen Pakt mit Mermed mit einem Wurm-Dämon eingegangen und rettet, die Betonung, die auf Anführungszeichen rettet, die Leute vor ihrer Tochter, indem sie den Leuten ihre Gesichter wegfrisst und einverleibt und diese Gesichter leben zu erweitern. Aber was für ein Zustand. Also das ist alles, nur nicht freundlich, das ist alles sehr, sehr gruselig. Ich grusel mich immer noch, als ich das vorbereitet habe, weil ich sehr empfindlich auf diesen Horror mit Kindern bin. Aber ich denke, das wird ein sehr cooler, aber wahrscheinlich auch sehr tödlicher Dungeon. Ich bin echt gespannt, wer das überlebt und ob es weiter Beine hier fliegen werden, wenn ich so Richtung Grimwald gucke. Ja, aber insgesamt bin ich sehr zufrieden. Ich bin nur sehr ausgelaugt, nachdem ich diese blöde siebte Folge neu synchronisieren durfte. Und ich hoffe insgesamt, dass ich jetzt langsam die Technikprobleme von meiner Seite in den Griff bekommen habe und ich letztendlich mit wenig Nacharbeiten einfach die Folgen veröffentlichen kann, weil ich einfach nicht so viel Zeit dafür habe, da manuell nach nachzuarbeiten. Und ja, in diesem Sinne wende ich jetzt diesen Tagbuch Eintrag und hoffe mal, dass ich dann nach Episode 8 dann einen neuen Eintrag hier machen kann, der dann noch kürzer ist. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank.